Hallihallo meine lieben eine kleine Erfrischung gefällig oh ja das tut gut bei dieser extremen Hitze so ein bisschen Abkühlung das ist ein wahres Vergnügen dieses planschen mit den Füßen und mit den Händen ach das tut so wahnsinnig gut probiert es doch auch mal aus so meine lieben und nun wünsche ich noch wünsche ich euch noch einen ganz 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 tollen Tag bis dann Ciao Ciao Ciao